200 Folgen Soko Köln. Mein Name ist Lukas Pilotti aka Jonas Fischer und wir machen uns heute auf die Suche nach dem dienstältesten, nach dem arriviertesten, nach dem erfahrensten Mitarbeiter bei dieser wunderbaren Produktion. Ist es ein Mann, ist es eine Frau, ist er 104 Jahre alt oder noch sehr jung. 11 Jahre muss er dabei sein, denn so lange gibt es dieses wunderbare Format schon. Und das hier ist unser bezauberndes Set, das Polizeirevier. This is where the magic happens. Und hier werden wir hoffentlich auch fündig. Hier wird die Kamera eingerichtet für das nächste Bild. André Lex, unser Kameramann, zusammen mit seiner Entourage vom Staat, hochbeschäftigt. Aber der, das weiß ich, der ist noch nicht so lange dabei. Lange, aber nicht lang genug. Den habe ich noch nie gesehen. Also wir machen uns auf die Suche und wir werden fündig. Ich bin ganz zuversichtlich. Bis gleich. Nach vier Stunden Maske, bin ich dann auch soweit? Ich habe mich in Jonas Fischer verwandelt, kann man sagen. Wer ist der oder die Dienstälteste hier bei Soko Köln? Du kannst es gar nicht sein, Sabine. Du hast ja vor zwei Jahren das Abi gemacht. Ich habe schon so einen Verdacht. Seit Folge, ich glaube, seit Folge 160. Bist du schon dabei? Bin ich schon dabei? Ja, ja, ja. Oder sogar noch früher. 40 Episoden, oder? Ich weiß gar nicht, wo wir angefangen haben, aber ich glaube, 159 oder so. Ja, ja. Das schließt dich natürlich als dienstältesten Soko Köln-Mitarbeiter aus. Ich bin nicht der dienstälteste. Hast du einen Verdacht, wer es sein könnte? Ja. Elmar? Nein! Ich bin nicht der dienstälteste. Ich meine, sie sieht überhaupt nicht so aus, aber ich habe es munkeln hören, dass du schon lange dabei bist. Wie lange? Von Anfang an. Das sind elf Jahre und ich war noch nicht volljährig. Entschuldigung, Gummibälechen. Aber du bist trotzdem nicht die, die am längsten mit dabei sind. Sondern wer darf? Das ist die Frage, die es zu lösen gilt. Hier mache ich jetzt meine Zusatzausbildung. Für alle Fälle. Man weiß ja nie. So. Schlechte Zeiten. Man weiß ja, Schauspielerinnen mit einem gewissen Alter. Da sitze ich in der Nähstube. Wir suchen ja hier den dienstältesten Mitarbeiter. Hast du vielleicht einen Verdacht, wer das eventuell sein könnte? Ich habe gehört, das soll der Mann da sein, der mit den silbernen Haaren. Okay, dann werden wir uns mal dahinter klemmen. Vielleicht finden wir ihn noch. Ja. Ach, Schantin. Wir suchen... Du natürlich nicht. Du kannst gar nicht die dienstälteste sein, aber... Stimmen die Gerüchte, dass du hier am allerlängsten mit dabei bist, Thomas? Ich glaube schon, ja. Shit, wir haben ihn. Das ist er. Wie lange, sag es uns. Wie viele Jahre? Alle folgen. Elf Jahre sind das. Elf Jahre. Und kein Tag gefehlt. Sag einfach nein. Nein. Das ist er, meine Damen und Herren. Und er hältst den goldenen Akkenschrauber in der Hand. Ich muss jetzt aber weitermachen. Das riecht mir her. So ist er. Ja, wir stehen hier im Weg rum. Thomas, wir haben ihn. Zentimeter dick die Schminke drauf. Die muss jetzt runter. Ich habe nämlich Feierabend. Das war es von mir. 200 Folgen Soko Köln. Ein kleiner Blick hinter die Kulissen. Wir haben den dienstältesten Mitarbeiter tatsächlich gefunden. Und er lebt noch. Aber lebt er in 200 Folgen auch noch? Diese und weitere Fragen beantworten wir, wenn es soweit ist. Erstmal tschüss und bis bald. Ciao. Bis bald. Bis bald. Bis zum nächsten Mal.